Moin was Seacross Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacross Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships und ihr seht schon die erste Neuerung, da braucht man gar nicht lesen für, die sieht man direkt, ich hab kein Mikrofon mehr vom Mund, ihr hört mich aber trotzdem, liegt daran, dass der Weihnachtsmann bei mir in der Familie fleißig war, zumindest für mich. Meine Familie hat zusammengelegt und hat mir ein Mikrofon zu Weihnachten geschenkt, ein Studiomikrofon, ich denke ihr hört schon so ein bisschen auch den klanglichen Unterschied vermutlich, gebt mir gerne gleich Feedback dazu unten in den Beschreibungen, in den Kommentaren, wie ihr das findet, wie der Klang jetzt ist, ob ich da noch große Verbesserungen machen muss oder nicht, ich glaube ich hab inzwischen eine ganz angenehme Einstellung gefunden, aber gut, dazu kommen wir dann ja später, wenn ihr mir darunter kommentiert. Wir haben wieder ein paar Themen für euch vorbereitet in dieser Flaschenpost und hier geht's direkt los, Kampfaufträge im Januar haben wir für euch rausgesucht, da gab's gestern einen Artikel auf der Wargaming-Seite und wir fangen direkt oben an, schon seit 21. Dezember ist es ja schon bekannt, dass ihr Premium-Spielzeit rabattiert kaufen könnt, ganze 50% bekommt ihr als Rabatt, statt 80€ zahlt ihr irgendwie 39,90€ Und die Liegeplätze sind um 75% für Dublonen reduziert. Ich hab aber noch einen Tipp für euch, denn die Reduktion um 50% ist noch nicht alles, weil ihr habt hier nämlich, ich zeig's euch mal vorne, die Möglichkeit, diese ultimative Belohnung zu kaufen. Und die ultimative Belohnung kostet 41,49€, während ein Jahr auf hoher See 39,99€ kostet. Äh, was ist das jetzt für eine Verbesserung? Ja, denkt mal um die Ecke. Diese 360 Tage, die kosten nicht nur im Premium-Store 39,99€, sondern ingame 12.000 Dublonen. Das ist ja auch da reduziert, die Premium-Spielzeit. Hier kauft ihr für 41,49€ 12.500 Dublonen. Das heißt, ihr kauft die Dublonen, investiert die 12.000 in die 360 Tage, bekommt hier aber noch für das Paket nochmal 30 Tage obendrauf, habt also 390€, behaltet von den 12.500 Dublonen noch übrig und habt dann für 41,49€ 390 Tage bekommen und 500 Dublonen. Und habt selber effektiv nur 1,50€ mehr investiert. Und das ist meiner Meinung nach der Deal des Jahres, den ihr heute Abend hier, äh, oder heute bis, wie lange gilt das, 8. Januar abschließen könnt. Also überlegt's euch, vielleicht ist das ja noch ein Tipp für euch, der euch was nützt. Nächste Sache ist, jede Menge Rabatte im Spiel. Und wir fangen direkt oben an. Wir haben hier den Wechselkurs, der verändert wurde. Nämlich, wenn man Credits braucht und Dublonen hat, dann kann man für eine Dublone 2.000 Credits bekommen anstatt 1.500. Wenn ihr XP umwandeln möchtet, nämlich, ähm, ja, die auf irgendwelchen Schiffen versauern, dann könnt ihr das vergünstigt tun. Ihr bekommt 35 Free XP anstatt 25 für eine Dublone. Der erste Sieg des Tages, da kriegt ihr einen EP-Bonus von 200%. Dann gibt's, äh, Rabatte für Premium-Schiffe und zwar eine ganze Menge. Ja, also Aurora, Izuchi und Co. kriegen 50%. 30% gehen auf die Molotov, Duka, Dau, Oster, Graf, Spee, Abruzi, also T6, T7. Ähm, dann geht's weiter mit 15% Dublonen-Reduktion auf T8 und höher. Ja, also, naja, eigentlich hier nur T8, Roma, Tierpiz, Artago, Asascio, Kit, Lojang und so ne Sachen. Verbrauchsmaterialien sind Kreditpunkte und Dublonen-mäßig um 80% rabattiert, Verbesserung um 60%. Dann geht's weiter. Ökonomische Signale sind in Dublonen für 50% reduziert. Und dann gibt's natürlich für die permanenten Tarnmuster auf der Stufe 5 bis 9 einen 50%igen Rabatt. Das ist also auch eine ganz, ganz coole Sache, ja, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Schiffe behalten möchte, aber da nicht so viel Wartungskosten bezahlen möchte, so ne Sachen, alles, äh, möglich. Dann gibt's die Aktion Frohes Jahr. Gewinne ein Gefecht, gibt drei Tage Prämie-Spielzeit, T5 bis T10, in einem Zufall-Koop gewertet oder irgendwas. Also ihr fahrt einfach eine Runde Koop und durch seid dann mit dem Thema. Und dazu könnt ihr dann auch noch, ähm, in gewerteten oder Zufallsgefechten mit T5, T10 Schiffen, einen Tarnmuster Neujahrsluftschlange bekommen, wenn ihr unter den 5 meisten, ähm, ja, EP-Verdienern des Teams seid, am Ende des Gefechts, was ihr gewonnen habt. Das ist entscheidend. Dann gibt's tägliche Lieferungen. Äh, ihr habt 14 Tage, in die ihr euch einloggen könnt. Ihr müsst euch nur 10 Mal einloggen und ihr könnt dann diese ganzen Sachen hier mitnehmen. Also ihr müsst euch in 14 Tagen 10 Mal einloggen. Einfach nur einloggen, ohne Gefecht fahren. Das sind die täglichen Lieferungen. Gültig bis zum 8. Januar. Gibt dann Neujahrsluftschlange, Kreditpunkte. Ihr könnt Weihnachtsgeschenke nochmal mitnehmen. Ihr könnt Kohle mitnehmen. Premiumspielzeit könnt ihr mitnehmen. Also das ganze Programm. Werpaßstufe 9 oder höher ist dafür erforderlich. Nächster Punkt. Azurlane. Vom 26. Dezember bis 18. Januar könnt ihr daran teilnehmen. Also alles für Anime-Fans, aber auch für Leute, die einfach gerne mehrere Skillpunkte auf Kapitänen haben, um zum Beispiel mal ein Schiff zu zeigen mit 10 Skillpunkten oder so eine Sache. Also meine Wenigkeit. Wie die Stimme dann ist, okay, das muss ich dann erstmal ausblenden, ist das eine. Aber ihr habt hier, ihr drückt hier auf den Teilnehmen-Button, loggt euch ein und dann könnt ihr daran teilnehmen. Glückwunsch, die nehmen an diesem Angebot teil. Ich hatte mich oben vorher schon eingeloggt. Teil 1. 10.000 EP verdienen. Und auch hier T5 bis T10 möglich. Unternehmen Zufall-Koop gewertet. Gibt eine Flagge. Teil 2. Sind dann 300.000 Schaden in Gefechten machen. Auch wieder T5 bis T10. Das ist immer gleich. Ja, auch Unternehmen Zufall-Koop und so weiter. Gibt eine Tarnung. Also drei Tarnmuster. Ur-Azur-Lane. Und dann gibt es noch einen dritten Teil. 3 Millionen Credit-Punkte in Gefechten verdienen. Und dann gibt es einen Kapitän Aurora mit drei Fertigkeitspunkten. Wenn man den noch nicht hat, glaube ich. Aurora gab es nämlich schon mal. Und als Abschluss der ganzen Aktion gibt es hier dann einen Kapitän Admiral Hipper mit 10 Fertigkeitspunkten. Das heißt, ihr könnt also, wenn ihr diesen Kapitän noch nicht habt, dann hier mit relativ wenig Aufwand, weil ihr ja parallel sowieso im Namen seiner Hoheit und so weiter Aufgaben erfüllt, dann hier einen 10er Kapitän erfahren und sogar noch mal einen 3er oben drauf bekommen. Also von daher, ich denke, eine ganz nette Möglichkeit. Dann, Direktiven sind klar, da könnt ihr eine Menge Sachen mitnehmen. Hier vom 20. Dezember bis 22. Januar, vom 27. Dezember bis 22. Januar. Das sind diese Direktiven, die sich immer pro Woche freischalten. Und da gibt es dann Sammelcontainer, Wichtelcontainer, Signale, Free XP, World of Warships, Premiumzeit und Stahl gibt es hier auch, darf man nicht vergessen. 500 Stahl, 500 Stahl für jede Direktive, die ihr abschließt. Und das ist doch eine ganz coole Sache. Und am Ende dieser ganzen Direktiven, hatte ich jetzt schon x-mal erzählt, Prinz Eitel Friedrich steht euch dann zur Verfügung und 4,4 Millionen Credit Punkte gibt es dann auch noch mal. Und natürlich nicht zu vergessen, Stahl. Ja, hatte ich schon gesagt, Stahl gibt es da übrigens auch. So, dann tägliche Aufträge Teil 1. Da geht es dann auch hier, habt ihr dann immer auf die Daten achten. 1. Januar bis 10. Januar gibt es XP, Free XP, Kohle und so weiter. Wenn es euch genau interessiert, an welchem Tag es Watt gibt, könnt ihr euch hier das alles noch mal ganz genau angucken. Das hier sind immer die maximalen Zahlen, die man erreichen kann. Also wenn man die ganzen täglichen Aufträge da macht, das sind ja diese Basis-XP, die man da immer erreichen muss. 300 erreichen, 500 und 700. Und dann ab einer gewissen Stufe muss man dann auch diese Gefechte gewonnen haben und nicht nur einfach die Gefechte gefahren sein. Und das ist auch in Q-Op möglich und so weiter. Also auch da einfach mitnehmen, wenn man denn die Zeit dafür hat. So, hier gibt es auch Kapitäns-EP zum Beispiel, 4000. Ganz nette Sache. Und so geht es eben weiter und weiter und weiter. Die übliche Aktion bis zum 31. Januar geht es hier richtig rund bei den täglichen Dingern. So, nächster Punkt ist dann der Design-Wettbewerb. Der Design-Wettbewerb für die Leningrad und für die Minsk gab ja vor kurzem, hatte ich ja auch in der Flaschenpost schon erzählt, den Aufruf, Tarnungen zu entwerfen für die beiden Schiffe. Die konnten eingesandt werden. Jetzt hat Wargaming eine Vorauswahl getroffen und ihr könnt jetzt abstimmen bis zum 10. Januar. Und ja, da klickt ihr dann hier rauf auf diesen Abstimmen-Button. Und dann landet ihr in dieser Vorlage und dann seht ihr hier die ganzen Schiffe und die ganzen Tarnungen. Und da ist es entscheidend. Eins ist hier das Schlechteste, Fünf ist hier das Beste. Das heißt, ihr könnt hier dafür sorgen, dass die Tarnung, ja, ihr könnt die Tarnung bewerten nach Punkten. Und dann werden nachher die Punkte zusammengerechnet und dann ist die regionale Abstimmung beendet. Und ab dem Verstand da, 11.1. geht es dann in die globale Phase über. Es gibt jetzt also so eine Art Ausscheidungsrennen. Ja, und dann geht es in die globale Phase, wo dann nochmal abgestimmt werden darf. Und dann geht es in die Finale, ins Finale sozusagen. Der, der gewonnen hat, bekommt dann hier diese fünf Premioschiffe und seine Tarnung. Der zweite Platz, zweite bis zwölfte Platz, bekommt nur die Schiffe ohne die Tarnung. Und die nächsten 50 Plätze bekommen dann hier eben diese Tarnung 50 Mal halt. Also 50 Plätze, zehn Mal diese Tarnung. Das ist das, was man dazu sagen kann. Nächster Punkt ist dann die Neujahrsdekoration. Ihr habt euch bisher nicht gewundert, gerade im Gegensatz zu World of Tanks, dass World of Warships nicht so gerne viel mit Thumbnails um sich herum wirft. Also Wallpaper und so eine ganze Geschichte. Ich persönlich muss ganz offen sagen, ich finde es auch ziemlich schade, weil gerade World of Tanks in der Beziehung meiner Meinung nach einen ziemlich guten Job macht, dass man halt viele Grafiken, so atmosphärische Bilder und so eine Sachen gestellt bekommt, die man einfach so auch mal als nette Hintergrundbilder machen kann. Ich mache es. Ihr müsstet nicht machen. Natürlich nicht. Es ist nur ein Hinweis für euch. Wenn ihr Bock habt, euch Wallpaper von World of Warships auf den Desktop zu legen oder vielleicht aufs Handy oder wie auch immer, dann habt ihr hier wieder die Möglichkeit, euch ein paar Bilder reinzuziehen. Ihr klickt hier auf das Bild drauf. Dann landet ihr an dieser Oberfläche und hier unten, ganz, ganz unten in der Ecke steht herunterladen. Da könnt ihr dann raufklicken und da gibt es dann die Möglichkeit, dass ihr hier die Auflösung aussucht, welche ihr denn gerade braucht. Und dann klickt ihr hier rauf und dann lädt sich die ganze Geschichte hier einmal runter. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Bei mir ist das ausgeblendet. Und dann könnt ihr im Download-Ordner oder wo auch immer hier die Sachen hinspeichert in der Auflösung eine Bilddatei finden. Sind wieder ganz coole Sachen dabei hier. Auch am Anfang des Jahres. Das sind französische Schlachtschiffe, Gold von Frankreich, die Kampagne. Dann kam Egle, Stalingrad, Vajag. Der April-Scherz, diese Space Warships. Aschitaka, Asashio. Das Bild hier finde ich total klasse zum Beispiel. Mit der Gefechtsfeldbeleuchtung da hinten. Das war das mit dem Nacht-Event. Und so weiter und so fort. Hier Halloween. Freut mich sehr, dass sie das hier zur Verfügung stellen, weil das Bild, das fand ich sowieso schon total cool. Und dann hier West Virginia, was jetzt zum Schluss als Schiff noch in den Premium-Store kam. Ja, und das ist die Neujahrs-Deko, die wir euch zeigen wollten. Der nächste Punkt ist der öffentliche Test 080. Das ist jetzt noch nicht 100%ig, was ich euch hier zeige, weil auf der EU-Seite gibt es dafür keinen Nachrichtenartikel. Ich habe bis jetzt nur diesen Artikel auf der amerikanischen Seite hier gefunden. Und da gibt es natürlich auch nur Hinweise für amerikanischen Server. Das heißt, wir haben hier nur eine leichte Vorschau. Nehmt nicht alles 1 zu 1. Es ist nur mal so eine Idee, aber es sind ein paar Sachen dabei, die euch sicherlich interessieren werden. Einmal geht es hier nochmal um die Kompensation für Premium-Flugzeugträger. Zum Beispiel, dass hier Kaga und Saipan mit den Versionen von T-8-Schiffen ersetzt werden. XP werden zusammenaddiert und zu dem neuen Schiff transferiert. So eine Sachen sind ja immer mal ganz interessant. Dann wird es ein neues Event geben, Fly Strike Win. Das ist halt ganz besonders den Flugzeugträgern gewidmet. Und natürlich auch dem Mond-Neujahr. Es wird dann drei Update-Folgen geben. 080, 081, 082. Jede Geschichte hat dann wieder vier Etappen. Da drin gibt es dann eine pro Woche. Jede Woche hat dann wieder vier Direktiven. Und dann gibt es wieder sechs bis acht Missionen. Das ist quasi das, was wir jetzt mit im Namen seiner Hoheit haben. Oder dem Royal Navy Event. Und da könnt ihr dann wieder Belohnungen mitnehmen. Bis zum Umfallen wahrscheinlich. Wie genau das aussieht, werden wir dann sehen. Sobald der Artikel ein bisschen ausführlicher auf der EU-Seite ist. Dann gibt es eine neue gewertete Gefechtssaison. Nämlich die 11., die diesmal mit dem Kampfmodus Wettrüsten ist. 6 gegen 6 Schiffe. T9. Ja, kein T6, sondern T9. Und dann gibt es natürlich neue besondere Zonen, die halt einen Bonus bringen. Nämlich zum Beispiel die beschleunigte Nachladezeit für alle Verbrauchsmaterialien. Dann eine bessere Schiffsmanövrierbarkeit. Oder eben, dass da eure Granaten schneller Feuer legen auf anderen Schiffen. Oder eine verregerte Chance, dass ihr selber Feuer fangt, wenn ihr mit HE beschossen werdet. Also, so eine Sachen sind jetzt hinzugefügt worden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das eben dann so wirkt. Und ihr müsst ja nicht mal selber in diesen Zonen drinnen stehen, sondern diese wirken um 12 Kilometer im Umkreis, wenn ein Schiff von euch diese Zone entdeckt bzw. besetzt oder erobert. Ja, und dann gibt es dann wieder verschiedene Karten. Das heißt hier Eisinseln, Dreizack und so weiter und so weiter. Hier Schlafner, Riese, so eine Sachen. Wie gesagt, alles Informationen vom amerikanischen Server, die werden sicherlich sehr ähnlich auf den EU-Server kommen, aber es muss nicht 1 zu 1 so sein. Dann gibt es Novel Battle. Das ist sozusagen eine Anlehnung an diese Versorgungslinien-Event, wo ihr Öl für euren Clan erfahren konntet, wenn ihr bestimmte Aufgaben erfüllt. Und jetzt wird es eben so sein, dass man auch wieder ein gemeinschaftliches Ziel hat und man sich als Clan am besten zusammenraufen sollte, den Plan schmieden sollte, wie man diese Ziele erreicht. Am Ende gibt es wieder Öl. Zumindest ist das jetzt hier so dargestellt. Und man muss eine gewisse Base-Amount an XP sammeln. Jeder wird wieder eine beschränkte Möglichkeit haben, eine beschränkte Anzahl von Gefechten, die dann zählen wahrscheinlich. Und ja, es wird dann wahrscheinlich nur mit erforschbaren Schiffen möglich sein. So interpretiere ich die ganze Geschichte aktuell. Wie es genau kommt, werden wir sehen, wenn die Ankündigung für den EU-Server da ist. Wie gesagt, es ist nur erstmal eine Vorausschau, was euch mit Patch 080 erwartet. Neben dem ganzen CV-Rework, der ja definitiv mit 080 kommt. Und das bringt uns eigentlich zum nächsten Thema. Wir haben vor kurzem gesehen, dass World of Warships Development Blog einen Riesenartikel verfasst hat in Englisch zu der Trägerüberarbeitung. Und wir haben uns heute Morgen die Arbeit gemacht und haben diesen ganzen Artikel ins Deutsche übersetzt mit ziemlich hoher Präzision. Ja, und das ist ein ziemlich langes Teil. Wenn ihr euch für den CV-Rework interessiert und ich kann euch nur an Herz legen, tut es alle. Auch wenn ihr jetzt plötzlich, wenn ihr schon sagt, das ist alles nur Müll, was die da machen oder so eine Sachen. Ich kann euch nur empfehlen, setzt euch damit auseinander. Ich glaube, dass da wirklich was Besonderes passieren kann. Und vor allen Dingen euer Input da draußen ist gefragt. Wargaming braucht euren Input. Sie selber sagen, dass die Träger noch nicht hundertprozentig ausbalanciert ins Spiel kommen werden. Die neuen Träger werden unausgewogen sein. Sagen sie von vornherein. Wollen nicht alle Situationen in der Testumgebung erspielt werden können. Und ihr da draußen, jeder von uns hat seinen eigenen Kopf und fördert wieder Taktiken zu Tage, die es vorher im Testsystem noch nicht gab. Und deswegen ist das jetzt erstmal so notwendig. Dann geht ihr auf verschiedene Fragen eingegangen. Mit der Parallelsteuerung des Schiffes und der Flugzeuge. Den automatischen Verbrauchsmaterialien, die dann auf dem Träger zum Beispiel existieren. Den kompletten neuen AP-Bombenmodus. Spezielle Tricks. Zum Beispiel auch, dass die Flak nicht mehr durch Berge schießen kann. Dass Flugzeuge Berge ausnutzen können, um sich selber zu verstecken. Also das heißt, wenn ihr aus einem Bergmassiv rausfahrt, dass ihr durchaus da auch ein Flugzeuggeschwader auf euch warten kann. Was euch dann direkt torpedieren möchte. All so Sachen können in Zukunft eine große Rolle spielen. Und ich persönlich freue mich sehr, sehr stark auf das neue Spielprinzip. Ich weiß, viele von euch da draußen haben bereits einen sehr großen Fortschritt auf den Trägern erarbeitet. Und wer will schon diese Sachen aufgeben? Einmal erarbeiteten Status aufgeben. Das kann ich gut nachvollziehen. Wichtig ist aber, Wargaming möchte dieses Spiel allen Spielern möglichst weit zugänglich machen. Und nicht nur einen besonderen Kreis. Und deswegen gibt es diesen CV-Rework und es haben auch viele Spieler da draußen, also ihr da draußen unter anderem mitgewünscht, dass dieser CV-Rework endlich passiert. Und deswegen haben die sich damit so intensiv auseinandergesetzt. Und das werden sie auch noch weiterhin tun. Ich denke, dass es locker bis Mitte des Jahres 2018 dauern wird, bis die vernünftig ausgebalanced sind. Und so lange kann jeder von euch da draußen mithelfen, diese Träger entsprechend zu testen, zu spielen und deren Erfahrung und eure Erfahrung im Forum mit bekannt zu geben. Solltet ihr Fragen zu der Übersetzung haben oder allgemeine Fragen zum Träger-Rework, schreibt uns die gerne in die Kommentare hier unter dem Facebook-Artikel oder eben unter diesem YouTube-Video. Wir werden versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und gegebenenfalls diese Fragen zu einem Kontributor weiterzugeben oder eben Sehalis direkt im Forum anzuschreiben, wenn es gar nicht anders geht. Ich lege euch das natürlich auch selber ans Herz. Wenn ihr Fragen habt und die nicht durch mich beantwortet werden können oder durch uns beantwortet werden können, könnt ihr die natürlich selbst auch ins Forum schreiben und da eine entsprechende Antwort bekommen. So, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Ich will jetzt nicht auf den ganzen Artikel hier eingehen. Lest ihn euch gerne durch, vielleicht als Toilettenzeitung oder wie auch immer. Also, wenn man mal ein bisschen im Handy blättert und man selber gerade, naja, bei irgendwelchen Sachen dabei ist, wenn wir so ausdrücken, jetzt halte ich mich hier jetzt ab, sei es manövriert, dann kann man da vielleicht mal in Ruhe durchlesen und sich ein paar Artikel, ein paar Absätze angucken. Ich möchte jetzt vielen herzlichen Dank sagen für eure Zeit. Und wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Flaschenpost auch diesmal wieder gefallen, euch ein Stückchen weitergebracht. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, aber einen Daumen nach unten, einen Daumen nach oben da lasst. Solltet ihr einen Daumen nach unten für uns parat haben wollen, bitte ich euch inständig, macht nicht einfach nur einen Daumen nach unten, nutzt die Kommentarfunktion und schreibt uns, warum es euch nicht gefällt. Das ist ganz besonders wichtig für mich, um eben auch auf so eine Sachen eingehen zu können. Denn möglicherweise sind es nur einfache Verbesserungen, die euch schon helfen, dieses Format interessanter zu finden. Und ja, ich würde mich darüber sehr, sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht, uns auch in der Beziehung negatives Feedback zu geben, wenn ihr denn welches habt. Wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Video hier auf dem Seacrots-Kanal. Euer Seacrots-Team, euer Maraha. Ciao, ciao. Seacrots Test Test Start Massachusetts To Man